Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und heute würden wir Ihnen gerne mal die fünf Vorteile der TradeStation Global Plattform in Kombination mit Interactive Broker vorstellen. Hierbei handelt es sich um die TradeStation 9.5. Es ist eine abgespeckte Form der US-Plattform, die vielleicht der eine oder andere von Ihnen schon kennen mag. Und von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, einfach mal wirklich diese fünf Facts hier aufzuarbeiten, die jetzt speziell für die TradeStation Global Plattformen zutreffen. Im Hintergrund habe ich diese schon einmal für Sie geöffnet und eines der wesentlichen Vorteile, gerade wenn man auch die Möglichkeit hat, zu sagen, man kann ja jetzt mit der TWS hier auch arbeiten bei TradeStation Global, da mal ganz klar herauszustellen, dass das Charting natürlich eines der wesentlichen Vorteile darstellt. Angefangen von der Zeichenfunktion, die Sie hier haben, wo wir jetzt, sage ich mal, ganz banale Linien einfügen können, bis auf Fibonacci-Tools, die hiermit möglich sind, ist einfach das Charting selber sehr, sehr fein aufgearbeitet. Sie haben hier die Möglichkeit, verschiedenste Indikatoren einzufügen. Das heißt, wir haben hier, glaube ich, über 120 Standardindikatoren, die man hier mit einfügen kann. Also ich glaube, das Charting an sich ist eines der wesentlichen Vorteile, die hier für die TradeStation 9.5 mitzunennen sind. Neben dem Charting selber können wir natürlich auch direkt aus dem Chart traden. Wir haben hier das Tool Chart Trading, wo Sie auf der rechten Seite direkt Ihre Orders einstellen können. Wir können natürlich hier mal ganz banal ein OCO oder setzen. Sie sehen, da springt er auch gleich im nächsten Moment zur Kontrolle mit den TWS. Wir haben jetzt hier den Stop und den Target, den können wir natürlich ganz beliebig hier verschieben, sodass es relativ einfach ist, demnach das anzupassen. Also der Chart bietet sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, als das, was Sie vielleicht von der TWS als Beispiel gewohnt sind. Das ist eines der Vorteile. Ein zweiter wesentlicher Vorteil, den ich auch vorher schon mal genannt habe, ist der Adar Screen, wo wir wie im Excel das nach beliebigen Spalten hier sortieren können. Ob es jetzt heute die größten Gewinner sind, ob es die größten Verlierer sind, die wir direkt angezeigt bekommen. Wir können natürlich auch hier die Indikatoren mit einfügen, genauso wie im Chart, die uns dann schlussendlich irgendwo Signale mit generieren. Also das ist schon vom Handling her ein Riesenvorteil, diese Dinge hier mit darzustellen. Vielleicht nehmen wir mit diesem Schritt mal einen kurzen anderen Indikator und zwar können Sie das natürlich auch mit jedem beliebigen Moving Average machen, der vielleicht nicht ganz so viel Informationen hier bietet, wie jetzt zum Beispiel das Volumen, wo wir... Jetzt haben wir natürlich ein Telefon und die Trading Permission hier nicht, aber Sie sehen hinten schon, es werden die Volupendaten auch geladen. Das heißt, man hat mit dem Radar Screen die Möglichkeit, eine wirklich große Selektion zu fahren und demnach natürlich auch hier Indikatoren mit einzufügen, die es dann einfach möglich machen, hier die Auswahl aus dem Radar Screen recht einfach zu gestalten und dann mit einem Klick, wie wir es hier sehen, dann auch dementsprechend das Chart Tool dazu mit aufzurufen. Also das ist wirklich vom Handling her sehr gut gelöst und bietet Ihnen natürlich auch die Möglichkeiten, dann dementsprechend sauber hier zu arbeiten. Das heißt, der Radar Screen, das Charting und natürlich ganz wichtig und nicht zu vergessen, die Programmiersprache selber. Das heißt, wer jetzt eigene Indikatoren programmieren möchte, kann das relativ simpel hier durchführen und seine eigenen Indikatoren dann auch hier mit verwenden oder Sie nehmen einfach Standardindikatoren, die schon vorhanden sind, speichern diese unter einem neuen Namen. Dann können Sie natürlich hier ganz genauso Dinge verwenden und diese mit anpassen, einfach auch hier vielleicht gewisse Kriterien ändern oder einfach noch andere Schleifen-IF-Bedingungen mit hinzufügen, sodass man auch hier einen relativ einfachen Einstieg hat in die Programmierung selber. Und wenn Sie Programme haben, die vielleicht über die Trade Station 10 oder Trade Station Securities gelaufen sind, können Sie diese natürlich auch eins zu eins hier genauso mit hinzufügen und anpassen. Also von daher, das ist wirklich einer der riesen Vorteile der Trade Station Global. Also wir haben Charting, wir haben den Radar Screen, wir haben in der Form, wie schon eben erwähnt, die Easy Language und natürlich auch verschiedenste Oder-Arten, die wir hier oben einmal zeigen wollen. Das heißt, ich kann hier meine eigenen Oder-Kombinationen kreieren. Ich mache das vielleicht mal für ein Symbol. Nehmen wir mal Apple. Dann kann ich als Beispiel hier eine Bracket-Oder direkt einfügen. Das heißt, ich definiere meine Kauf-Oder. Kann jetzt mit einem Stop sein, wenn ich sage, Apple kommt vielleicht wieder ein Stück zurück nach oben. Dann sage ich hier, wenn es über 140 geht, möchte ich hier direkt Long einsteigen. Falls es da doch wieder zurückkommt, setze ich meinen Stop-Loss und mein Profit-Target, sodass man halt hier wirklich vorfällig schon viele Kombinationen auch selber kreieren kann über dieses Oder-Entry-Tool. Und dementsprechend dann auch diese entweder schon direkt an den Markt schicken oder Sie sehen hier unten auch erst mal nur Speichern als Staged Oder, dass man die halt später dann in den Markt schicken kann. Also man hat noch eine Vielzahl von weiteren Oder-Möglichkeiten. Es ist leichter, sogenannte OCOs oder OSO-Oders zu definieren und das dann auch dementsprechend mit einer längeren Laufzeit. Also wenn ich das jetzt für die nächsten Wochen hier platzieren will, kann man das natürlich alles dementsprechend kombinieren. Wir haben sonst auch noch sogenannte Activation Rules, wo wir sagen können, okay, die Oder soll aber nur dann ausgeführt werden, wenn wir uns jetzt hier nicht am Anfang des Handels befinden, also nicht vor 16 Uhr deutscher Zeit als Beispiel. Also das sind alle solche Dinge, die das Oder-Roting, das Oder-Setting hier sehr, sehr viel vereinfachen und Ihnen sehr, sehr viele Möglichkeiten geben, das nach Ihren Wünschen dementsprechend anzupassen. Das ist das Oder-Setting als solches und ansonsten haben wir natürlich auch hier die Möglichkeit, ähnlich wie man es vielleicht in der Trade Station von den USA, Trade Station Securities kennt, auch Strategien einzufügen. Aktuell aber leider immer nur noch mit dem Hintergrund, dass wir sie hier nur backtesten können. Also ich kann jetzt hier mal ein Rolinger Band einfügen. Da sehen wir dementsprechend hier, was die Strategie Long & Short gebracht hat. Das kann ich aber auch hier genauso hergehen und diese Strategie einfach optimieren anhand verschiedener Größen. Ich mache das jetzt mal ganz einfach für diese zwei ganz simplen Einstellungen, wo ich jetzt verschiedene Optimierungsvarianten habe. Sind 120, die testet er jetzt durch, zeigt mir das beste Ergebnis anhand der Backtests an. Jetzt schauen wir gleich nochmal in unserem Performance Report. Jetzt hat er keine Trades generiert. Wir müssen natürlich auch vielleicht hier noch eins mit berücksichtigen, dass wir dementsprechend eine lange Kurshistorie benötigen. Aber nur, um ihm also den Eindruck zu geben, dass man zumindest Stand jetzt Strategien wegtesten kann. Im nächsten Schritt werden Sie sicherlich auch dann Möglichkeiten haben, das vollautomatisiert noch anzugehen. Daran wird momentan noch intensiv gearbeitet. Aber wir haben Charting, wir haben Radarscreen, wir haben die Easy Language als Riesenvorteil, wir haben das Backtesten von Strategien und das ganz wichtige Tool der verschiedenen Order-Eingaben, die man hier im Vorfeld recht simpel kreieren kann und damit auch die Möglichkeit hat, im Vorfeld schon das einzustellen, was man vielleicht als nächstes hier dementsprechend handeln will. Was den Handel an sich natürlich noch etwas effizienter macht. Und falls Sie das Ganze einmal testen wollen, falls Sie vielleicht sogar schon ein IB-Konto haben, können Sie sich direkt über den Link unten registrieren. Sie kriegen dann auch die Trade Station einmal mit freigeschalten. Da gibt es auch keine Mindestlaufzeit. Wenn Sie jetzt irgendwo feststellen, dass es doch nicht den gewünschten Effekt für Ihre Handelsstrategie bringt, dann können Sie das natürlich auch jederzeit wieder deaktivieren. Und falls jemand komplett ein Konto neu eröffnet, funktioniert das genauso über den Link unten in der Beschreibung. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie natürlich unseren YouTube-Channel abonnieren, sodass Sie in der Zukunft auch keines der Videos verpassen und immer auf dem neuesten Stand sind. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.